Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragonmieri. Ja, eigentlich habe ich angekündigt, dass ein Vlog kommt, aber ich habe mich für einen Tagesablauf bzw. Tagesroutine entschieden. Ich habe nicht alles, also nicht alles, alles abgefilmt, das würde erstens zu lange dauern und zweitens war mir das doch etwas zu anstrengend, dann habe ich festgestellt, das Ganze mit Kamera zu verfolgen und ich mache auch ständig Pausen, deswegen brauche ich auch viel länger als ein Mensch ohne körperlichen und geistigen Einschränkungen. Ich wäre ganz nett immer begrüßt in der Früh von den Hunden und Katzen, wäre auch häufig gewaschen, Morgenwäsche. Ja, die Tequila bekommt dann auch gleich Medikamente, die gibt, also sollte 30 Minuten sind, bei uns aber nur knapp 20 Minuten vor dem Frühstück. Die Tequila bekommt auch als letztes das Frühstück, damit die Medikamente wirken können, die Herzmedikamente können vor dem Frühstück serviert. Sie nimmt sie zum Glück wie leckerlis. Die Katzen dürften da auch recht drauf stehen. Einmal hat mir auch die Mew was geklaut, habe ich dann mitten in der Nacht beim Tiernotdienst anrufen müssen, aber es hat eh gepasst. Die müsste schon sehr viel davon nehmen, dass ihr das Herz schädigt, aber trotzdem ist es nicht besonders gut. Dann gibt es Frühstück, an dem Tag gab es Dosenfutter, ich richte immer drei Schüsseln her, weil ich sonst den Überblick verliere und ich möchte, dass jeder sein Frühstück auch bekommt und dass niemand was anderes klaut. Ja, dann gibt es eine Gassirunde draußen, dann können sie sich erleichtern. Wie man sieht, es liegt sehr viel Schnee momentan, was den Tagesablauf auch etwas einschränkt. Ja, dann bin ich bei den Mäusen, Hamstern und Ratten im Zimmer. Die kriegen frisches Wasser, Trockenfutter im Streu verteilt. Dann kommen die Mäuschenchen und Kaninchen dran. Die Kaninchen draußen, die Angorakaninchen, bekommen Pellets, weil sie deswegen ein Fell brauchen. Die haben doch ein schnelles Fellwachstum und brauchen mehr Eiweiß. Das sind die Luzerne Pellets recht gut. Dann sind die Hühner, Enten, Gänse und Puten da draußen dran. Die Hühner bekommen ein frisches Wasser draußen. Leider im Stall, das friert auch immer wieder ein. Da gibt es dann auch die Legepellets, beziehungsweise Legekorn fütter ich momentan. Das gibt es alles im Stall. Was im Stall nicht gibt, die Salat, weil sie den sonst unter dem Streu beerdigen und das fängt dann an zum Stinken, habe ich festgestellt. Deswegen habe ich das dann nach draußen verschoben, genauso wie bei den Enten und Gänsen. Die bekommen auch Salat draußen, aber Wasser und Frischfutter drinnen, da der Pool momentan zugeschneit ist. Kann ich ihnen den nicht füllen. Dann sind die Wellensittiche dran. Die können sich aussuchen, ob sie drinnen oder draußen sein wollen, untertags. Die kriegen auch frisches Futter und Wasser. Wasser war auch eingefroren. Im Stall ist nicht beheizt. Momentan kriegen sie auch Medikamente, weil ich in der Kotprobe, die ich machen habe lassen, festgestellt wurde, dass sie Bakterien haben. Da haben wir Laufenten, die dürfen auch raus. Es suchen übrigens vier Äpfeln noch ein neues Zuhause bei den Laufenten. Nachdem ich draußen endlich fertig bin, gibt es eine Kuschelrunde auf der Couch. Mit den Hunden und ab und zu auch mit den Katzen. Da ich ja nicht nur Kleintierzüchterin bin, sondern auch Pokémon-Züchterin, gibt es dann natürlich auch eine Runde Pokémon-Züchten. Da kann ich ein bisschen runterkommen. Was auch gut ablenkt von den Schmerzen, sind Serien und Filme. Wobei ich in der Früh am Vormittag eher Serien schaue als Filme, Filme eher am Abend. Da sich eine Dame angekündigt hat, die würde mir bei den Boxen helfen, bei den Hamstern habe ich Fliesen angeklebt. Das, was ich selber machen kann, das möchte ich auch noch selber machen. Bei der oberen Box hat sich nämlich genau bei dem Eck ein Hamster durchgeknabbert und ist dann eineinhalb Meter in die Tiefe gestürzt. Damit das nicht mehr passiert, habe ich Fliesen angeklebt. Ich hoffe, das funktioniert. Einen Tag drauf war ich beim Zahnarzt. Ich war in der Woche tatsächlich auch bei drei Ärzten, also ich bin häufig am Nachmittag immer bei irgendeinem Arzt. Dann habe ich mich schlafen gelegt, das habe ich dann leider nicht mitgefilmt. Dafür dann nachher das Füttern der Schaben, Asseln, Tausendfüßer. Die kriegen am Abend Frischfutter, genauso wie die Hamster, Mäuse und Ratten. Und die Meerschweinchen und die Kaninchen, da habe ich dann noch hergerichtet. Sie hätte Mittwoch kommen sollen, war nicht da. Alle kriegen Abendessen, Salate, Kohl, Kraut, Brokkoli, ist auch cool. Die Ankora-Kaninchen stehen total auf Karotten. Deswegen bekommen sie hauptsächlich Karotten und auch mal Äpfel, was sie überhaupt nicht wollen, sind Zucchini. Dann wird überall zugesperrt, bei den Enten und Gänsen. Dann wurstle ich mich nach hinten, mühselig, bei dem Wetter. Und sperre bei den Hühnern ein. Die Tür ist leider sehr langsam. Ich werde mir irgendwann einen Sessel hinstellen, wo ich mich bei dem Wetter auch nicht hinsetzen könnte, aber für den Sommer wäre es so ein bisschen praktischer beim Warten. Da haben wir dann eine winterlich hergerichtete Front, wobei oben gehört nicht mehr. Hier unten ist meins und das brennt das ganze Jahr über. Grüne Küche, orangenes Wohnzimmer, dann haben wir mein Vorzimmer und dahinter das Büro mit der Spinne und das Schlafzimmer. Und da ist der Vorgarten. Da werden dann auch die Wellensittiche eingesperrt, damit da ja nichts ist. In den Auslauf kommt schnell einmal was, aber nicht in den Stall, der ist gut gesichert und alles leuchtet. Dann dreimal die Woche circa wird Wäsche gewaschen. Dann schaue ich noch Let's Plays oder Serien oder Filme. Dann gibt es mein Abendessen, das habe ich mir verdient. Mein veganes Erdbeereis. Dann gibt es noch Abendessen für die Hunde und Katzen. Die kriegen auch was kurz vorm Schlafen gehen. Die Kila hat natürlich vorher die Medikamente bekommen. Dann gibt es noch eine Runde Gassi im Garten. Was noch ist, wenn kein Schnee liegt auf der Straße. Die Schneeräumung bei uns ist nämlich eine Katastrophe. Wir gehen eine kleine Runde spazieren. Mit Rollmobilen bzw. Rollatoren. Nur bei Schnee kann ich mit dem nicht fahren. Deswegen ist jetzt leider zu der Jahreszeit kein Spaziergang möglich. Dann wird schlafen gegangen, ins Bett legen, dann wird nur noch der Kopf gewaschen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe euch einen kleinen Einblick geben können, wie es bei uns so der Tag abläuft. Es ist eigentlich jeden Tag dasselbe fast. Nur halt hin und wieder Arzttermine, die ein bisschen Abwechslung reinbringen, was ich überhaupt nicht leiden kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.